Wir beenden die dritte Runde und die Duellgegnerin, ich habe gesagt, sie zaubert sich rauf ins Finale, kommt aus Niederösterreich. Franziska, bitte, Sie dürfen schon mal rauf gehen, die Verena wartet schon auf Sie, ich bin gespannt, was da für Zaubertricks jetzt kommen wird. Verena gegen Franziska, auf ins Duell, um den begehrtesten Thron Österreichs. Zwei Kategorien und zehn Fragen entscheiden darüber, wer sich den Titel Quizmaster erkämpfen wird. Jetzt im Finale. Und es wird ein spannendes Finale, herzlich willkommen Franziska und Verena, Niederösterreich gegen Salzburg, das heutige Final-Duell. Start, aber kein Schluss, hätte ich gesagt, okay?